Hier sehen wir jetzt nochmal die Hexagone Lackierung. So sieht die dann im Spiel aus. Hier hat er sie jetzt auch für die Rifle. Sieht echt cool aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt da mal was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Gameplays Vorstellung von Skins. Mit mir die man gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.